Eine todkranke Frau erhält erst nach unserem Widerspruch eine EM-Rente auf Dauer unerhört, was sich hier die Rentenversicherung erlaubt hat. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Jahr 2023 startete bei uns unter anderem auch mit einer Mandatsanfrage von einer Dame, die hat letztes Jahr eine Rente wegen Erwerbsminderung bewilligt bekommen auf Antrag. Und zwar als befristete Rente. Und das Unglaubliche an diesem Fall ist, das ist im Übrigen nicht das erste Mal, dass wir das erleben, aber scheint sich doch ein bisschen zu häufen hier die ganze Maßnahme, dass diese Dame aufgrund einer onkologischen Erkrankung, dazu wird gleich unser Kollege Weiße noch was sagen, hier schwer krank ist. Das heißt also, nach den Befundberichten, die ich einsehen durfte, und dazu braucht man nicht so viel medizinisches Vorwissen. In diesem relativ einfach gelagerten Fall hätte diese Frau eigentlich gleich von der Deutschen Rentenversicherung eine Dauerrente bekommen müssen. Das heißt also, die EM-Rente hätte bis zum Monat, in dem sie ihre Regelartesgrenze erreicht, gewährt werden müssen. Und das hat sie nicht bekommen. Das hat sie natürlich auch aufgeregt und hat Ängste bei ihr ausgelöst. Und sie hat auch dummerweise neben der schweren onkologischen Erkrankung auch noch psychiatrische Erkrankungen. Aber das nur noch mal so nebenbei. Und dann haben wir also sozusagen Widerspruch eingelegt, gleich Anfang des Jahres, und still ruhte der See. Also hier ist nichts passiert, ja. Das muss man sich mal auf der Zunge zugehen lassen. Und dann erhalten wir, nachdem nichts passiert ist, nachdem wir mal nachgefragt haben, Anfang September 2023 den erlösenden Rentenbescheid. Ich habe den dann da hingeschickt zu unserer Mandantin. Und die hat sich riesig gefreut und hat gesagt, Mensch, das ist ja klasse. Und wie das immer so ist, ja, ohne sie hätten wir das nicht geschafft. Nein, meine Damen und Herren, sie waren natürlich mit dabei. Ist doch völlig klar. Und sie haben auch Mut gehabt und haben uns als Rentenberater von Rentenbescheid24.de vertraut und haben gesagt, okay, ich gebe ihnen das in die Hände und sie machen das. Ja, und das hat wunderbar geklappt. Aber ich muss auch dazu sagen, sowas geht nicht von alleine. Dazu brauchen sie natürlich auch entsprechenden medizinischen Sachverstand. Und den hole ich jetzt mal ran und der erklärt ihnen jetzt, was da eigentlich los war. Also lieber Frank, komm mal rein hier. Hallihallo. Hallo. Und du erklärst mal bitte unseren Leuten, was hier eigentlich das Kernproblem aus medizinischer Sicht bei unserer Mandantin war. Und ich gehe einfach mal aus dem Video raus. Gehst du mal rein? Also, so wie unser geschätzter Rechtsanwalt Knöppel das kurz angedeutet hat, die sozialrechtlichen Inhalte im sozialmedizinischen Bereich, kurz skizziert, Erkrankung mit entsprechender Chemotherapie vorbereitet, operiert, bestrahlt, nachfolgender Chemotherapie, nachfolgender Antihormontherapie. Es handelt sich um den typischen Frauenkrebs, ja, also die Betroffenen, vielleicht auch Geheilte zum Glück, wissen, wovon ich rede und welche Belastungen, welchen Belastungen man dort ausgesetzt ist. Ja, die Erkrankung war stabilisiert, leider, ja, sie kam zurück. Das sagte Kollege Knöppel bereits. Und die Dame musste wieder entsprechend intensiv therapiert werden. Aktuell natürlich besonders die führende Lebensangst, Zukunftsangst, was denn aus ihr werden würde, wirtschaftliche Angst. Und hat sich ja da hilfesuchend an uns gewandt, damit wir möglicherweise die deutsche Rentenversicherung überzeugen können, dass es sich hier um einen ganz klaren medizinischen Fall nach Rezidiv handelt. Und da wissen alle Beteiligten und besonders in dem Fall ich, dass die Prognose recht schwierig zu betrachten ist. Ja, wir haben es durchgesetzt, der Kollege Knöppel sagte dies, wir haben wirksam begründet unseren Widerspruch mit der entsprechenden einschlägigen, leitlinienbasierten Faktenlage. Da gab es aus meiner Sicht überhaupt keinen Zweifel, gegen diese wirklich unerhörte Entscheidung vorzugehen. Und auch wir waren natürlich, und gerade die Onkologie liegt uns besonders am Herzen und besonders die Frauen natürlich. Für uns war es klar. Ja, wir haben gewonnen, ganz toll und hoffen, dass die Dame da erstmal entlastet ist und dass vor allen Dingen die Zukunftsangst, Krankheitsangst ein bisschen stabilisiert ist und sie noch entsprechende Lebensqualität hat, ein gutes Leben hat, soweit möglich. Vielen Dank, dass Sie uns folgen. Frankweise von Rentenbescheid24, verantwortlich für den Bereich Erwerbsminderungsrente. Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit.